Musik 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 Ja? Ja wegen Bessda Oh gott Was? Oh nimm mal ein Schwert Ja Moloch Du hast ihn aufgepackt Ich hab noch nicht gar abbeutig Oh nee Ich brauche ein Schwert Hier fehlt ne Tür Ja finde ich auch Ich hab Schwert Was machen die anderen? Ähm, ich hab keinen Mauszeiger Mach mir auf jeden Fall auch einen schweren Jogi geh hoch Ja gib mir, gib mir das schnell Ich mach nur einen Maus-Stick, ne? Ey, 0k2, du brauchst nicht viel Ach, ich hab so wenig Ja, der dritt hat, ich hab viel mehr Hörer Ich hab 40 Der kann aber nicht bauen der hat irgendwie Basti kannst gleich turn, hier bei Joni Warte, Alter, Alter, Alter Fick dich, jetzt kann ich nicht gut Ich glaub drei Leute von uns haben oben jetzt ein Schwert Ja, jetzt passt er Brauchen hier keine Leute Hat er nochmal zwei Shared Hits drin Du versuchst sie zu knocken Hm. Soll ich noch oder wirst du? Geht dann. Ich hab ja mal richtig Minus einem gerade. Du brauchst noch 2 Gold, er liegt schon 2. Noch noch einen Eisen. Ich baute safe. Und Basti? Der ist slow. Der ist one hit. Ja, aber ich baute. Juni kommst du hoch? Ich muss safe bohren halt noch. Saut kurz. Er war kein one hit! Warum hab ich keinen Mauszeiger? Ich trau mich block auf dem one hit. Einer von euch muss safe bohren. Dann hab ich ihn oben. Gut. Basti gibt ihm 3 Hits und dann tankt er noch von mir 2. Darum hab ich keinen Mauszeiger. Kein Plan. Vielleicht muss der Schnäuchter an. Ist so komisch. Alter ich weiß nicht wo ich hin aim. Komm. Wo ist seine Maus? Letztes Jahr Volleco machen. Kapi, Mann. Ja, aber ich wollte schnell safe bohren. Oh ne, lass mich mal vor. Ich hab eh nichts. Ey, eine muss mal verrecken bleiben, wenn die okay ist. Ach Kapi, Mann. Ähm, muss auch was nicht gedacht. Kann ich den hier oben abschießen? Ach Junge, ich bekomm einen Hit auf den. Der im Bogen ist wieder in deren Base. Schalt der Bogen hier auf. Der ist eben im Base, glaube ich. Oh, da ist noch einer. Ich bleibe in den ganzen Monster grunter. Das ist ja so. Ähm. Kann ich ihn da nicht treffen, hä? Achtung. Ja, aber. Keine Ahnung, der hat einen Hit im Hintergrund. Alter, ich starte jetzt neu. Ich raste aus. Kann ich sogar noch mal in den Spawner gehen. Wie viele sind hier über mir? Einer nur. Drei sind im Base. Oh, dieser Bogen von denen. Da ist ja schöner. Achtung. Ja gut, das sind alle im Base, glaube ich. Ja doch. Bitte, ich will jetzt immer Monster grunter sehen. Das ist ein Vorteil. Ich will nur auf dem Desktop wenigstens. Ja, aber nur in den Finich. Ich will shoppen und weiß nicht, was ich einkauf. Also, wo ich bin mit der Maus. Ah, die ziehen zwei Wege. Willst du noch einen? Kannst du ja MG machen? Hast du einen Web-Climax? Ja, ich muss nur noch ein Teleweg fertig bauen. Mach hinten ans Bett. Hinten ans Bett. Ich bring halt vorne ans Bett hin. Wolle ich? Ja, mach. Perfekt, Climax. Das sind die besten Climax. Nein, das sind wir. Ich hab sogar noch einen Grab. Ey. Haben wir die OP weg? Ja. Wir sind beide in der Mitte. Wir waren in der Mitte noch. Warte, warte. 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 OH! Untertitelung des ZDF, 2020